Wir blicken mit Sorge auf die Ausbreitung des Coronavirus in Norditalien. Es gibt dort bereits mehr als 160 Infizierte und fünf Todesfälle. Die Infektionsketten sind teilweise nicht mehr nachzuvollziehen. Insofern ändert sich durch die Lage in Italien auch unsere Einschätzung der Lage. Die Corona-Epidemie ist als Epidemie in Europa angekommen. Und deshalb müssen wir damit rechnen, dass sie sich auch in Deutschland ausbreiten kann. Zu Italien ist es gut, dass die italienische Regierung entschlossen und schnell gehandelt hat, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern und die eigene Bevölkerung, aber auch uns in Europa insgesamt zu schützen. Dafür bin ich der italienischen Regierung und allen, die dort vor Ort auch sehr aktiv und sehr engagiert handeln, sehr dankbar. Die Wahrheit ist, es kann niemand zu 100 Prozent verhindern, dass es zu solchen Situationen auch in Deutschland kommen kann. Wir haben bisher gemeinsam in Europa den Ansatz eben, wenn eine Infektion auftaucht, den infizierten Patienten zu isolieren, gut klinisch-medizinisch zu behandeln und eben die Kontaktpersonen zu identifizieren und die Infektionskette abzubrechen. Das ist bis hierhin auch gut gelungen. Gleichwohl haben wir jetzt eben erstmalig in Italien die Situation, dass die Infektionsketten nicht abschließend nachvollzogen werden können. ...teilnehmen werde. Auch nach den Ereignissen in Italien, sowie mögliche Kontaktpersonen, engmaschig...